jetzt fängt die luft schon an zu flackern hier die lampe ich habe eine neue lampe ich hoffe dass damit der green screen hinter mir besser funktioniert und heute wollen wir in ich glaube den nachfolger von the convenience store gucken und zwar handelt es sich dabei um the ghost train oder wie er auf japanisch heißt was ich aber nicht weiß also lassen wir es bei the ghost train language gucken wir mal englisch japanisch noch nicht mal koreanisch wird vorgeschlagen aber mein kopf glänzt ach das leben wir gleich weil wir müssen ja sowieso die ton hören hier klein moment so jetzt ist der hintergrund wieder griselig aber damit müssen wir dann halt leben dafür habe ich keinen fluktuierenden fleck mehr auf der stirn was auch gut ist okay schauen wir mal ja worum es hier geht auch hier interessant kein jetzt die lampe runtergefallen okay wie das halt immer so ist läuft halt immer irgendwie anders als man denkt gut also ich glaube ich muss nicht mal auf die andere seite legen hier weil ich gucke ständig hier hin und das sieht so aus als ob ich von an dem bild vorbei gucke darum lege ich mich wieder auf die andere seite dann sieht das so aus als ob ich auf die handlung gucke das ist vielleicht besser so viel besser viel viel besser okay also wir sind hier gerade reingekommen denke ich mal okay und jetzt sind wir in einer metro station auch ziemlich schlunzig aussehen there's some time before i get on das heißt ich kann hier rum i could use a little smoke break ich werde das rauchen mühsam abgewöhnt und jetzt kommen die mit sowas an um aha man my throat's parched corona i better get something also my stomach would hurt around this time i wouldn't want to hold it during the ride also ich brauche was zu essen ich brauche es rauchen am besten was zu trinken Äh, warum sind da Augen in dem Eis? Okay. Noi! Shirtan-Tschirr. 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 Bin ich denn diesmal ein Männlein oder ein Weiblein? Buy a drink, yes. Okay. Kann man auch einen EAT kaufen, wenn man einen Drink kaufen kann. Okay. Hier kann man auch... Äh... Wenn man jetzt nichts besseres zum Rauch machen, Wasser heißt es. Ja, war es da schon. Wie ein Essensautomaten. Nee, nur trinken. Aber hier, äh... Für was auch immer das Werbung ist. Was ist wrong with this person? Is she all right? Masbuba al-Ajimi. Okay. Also hier finde ich nichts zum Essen. Das hätte ich ja beinahe übersehen hier. Schreiende Katze. Steht hier oben, steht... Na, daraus werde ich nicht schauen. Ist hier oben vielleicht was zum Essen kaufen. Hm. da stellt ja was von Magenschmerzen vielleicht muss ich auf Toilette nee, ich soll mir was zu essen kaufen aber da ist nichts zu essen zu kaufen ich bin eine Dame, dann muss ich auf die Damen-Toilette okay, vielleicht gucke ich mal auf ein anderes Gleis wenn ich da hinkomme bin hier schon fast 10 Minuten und noch kein Zug ist gekommen das ist ein bisschen merkwürdig für eine Großstadt in so einer mittelgroßen Stadt oder so da kann das angehen, aber eine Großstadt Taschenlampe habe ich nicht dabei, nee, nicht in diesem Spiel fuck habe ich ein Inventar oder sowas, ich gucke mal ich habe ein Inventory in dem nichts drin ist, okay das ist Liegt hier irgendwas oder so? Steht hier was? Nichts, was ich lesen kann. Was soll ich machen? Also, wäre ich mein altes Raucher, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich würde mir noch eine Zigarette anstecken. Oder mich hinsetzen und was lesen. Äh, okay, war meine letzte Zigarette scheinbar. Auch ungünstig. Hier zu essen gibt's hier nix. War das Puster eben schon da? Ah, es geht doch! Ist noch eine Kabine wieder offen? Ja, ich möchte die Toilette benutzen! Ich möchte die Toilette benutzen. Ich möchte die Toilette benutzen. wesen oder einmal mitnehmen oder kommt der zug jedoch nichts hört sich immer nur so an als ob ein zug kommt kann man pause machen gar nicht now i have to get to my favorite seat the corner of the 2nd coach Ich habe gerade bemerkt, ich könnte auch hier mit dem Controller spielen. Ah, okay. Okay. The corner. Was? Did my stop just pass by? Or is it just my imagination? Maybe I can talk to someone to confirm it. Was ist das denn? Hallo! Did you see what just happened, Nurt? Yes, I did. But I can't bring my energy up to do anything about it. Well, good for you. That was my stop. I have to take the taxi home. Should I go talk to the conductor? How nice of her. It's obvious she's exhausted from her overtime work. I can tell by her eyes. No, no, please. I can't let you do that. I'll go. You can stay here and rest. Okay. Well, let me know if there's anything I can do to help. Okay. 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 Wie reagiert das sehr sensitiv hier? Okay. 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 Applied. Mal schauen. well. it is not as a colocation of it. Ah! what does that mean? Kein Kondukteur. Wie ist denn der? Okay. Was zur Hölle? 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 Escaped? Bzzzz! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wack. Was zur Hölle? Wack. Wie war. Wack. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier war doch auch irgendwo eine Da oben Okay 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 Oh Kann die sein Scheiß Motte Zikade Okay 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 Okay. 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 Hey! Do you need anything? Do I need anything? Yes, I want the train to stop on the next one, please. You forgot to stop on the previous one. Oh, is that right? I must have been spacing out. I apologize for the inconvenience. He will prepare you the compensation necessary for the mishap. Please leave your contact information here. Okay. I don't have the time and energy to complain to the railway company. Die Zeit sollte man immer haben. I'm just relieved that it wasn't anything serious. Anything serious or... I'll let it pass this time. I don't look forward to tomorrow's work. What am I doing with my life? Okay, das ist scheinbar der nächste Tag. Es läuft hier also ganz ähnlich wie in dem Convenience Store Spiel, dass wir an der gleichen Location mehrere Tage hintereinander ähnliche Sachen machen und es dann spukig wird irgendwann. Ja, aber dann mache ich am besten beim nächsten Mal hier weiter an dieser Stelle. Und ja, wenn euch diese Zugfahrt gefallen hat, drückt die Glocke und die Daumen hoch und keine Ahnung, verlinkt das Video irgendwo der Bezieherber zieht. Äh, und dann bis zum nächsten Mal.